Sura 109 El-Kafirun Die Ungläubigen Offenbart zu Mekka 6 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abarmas des Barmherzigen Sprich, O ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene, und ich werde nicht Diener dessen sein, dem ihr dient, und ihr werdet nicht Diener dessen sein, dem ich diene. Ihr habt eure Religion, und ich habe meine Religion.